Ja! Oh shit, ich hab eine Flagge, reg dich, Digga! Der Kamerapist kotzt mit hoch. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum ich immer das gleiche anhabe, weil ich einfach ein stinkender Bastard bin. Spaß, ich produziere gerade mal ein bisschen vor, mal wieder, Freunde, ihr wisst, wie es läuft. So acht, neun Videos immer am Start, André ist am Hasseln, das... Heute spielen wir Fortnite Bad Wars und mit dabei ist Meckern. Bist du Meckern, Mikael? Bist du Meckern? Digga, weißt du, hast du auch Grit gesehen, wie er dich disrespektet hat, Meckern? Und mit dabei ist Abude. Was geht? Okay, Abude ist irgendwie... Das Ding ist, wenn ich diesen Skin sehe, sehe ich Abude wieder so sagt. Was geht? Okay, Mikael, wird nochmal geklatscht, wenn ich... Die Map haben wir schon mal gespielt, Freunde. Ja, ich würde sagen, jeder geht in irgendeine Ecke rein. Ach nee, ist eh gekennzeichnet. Nicht da rein, Mega, das ist meine! Ich kann da eh nicht rein. Das muss ein Pfeil sein. Ich bin Endes, nein. Guck mal, wie lost alle sind. Keiner weiß, wohin. Es geht direkt los. André hat das so kommen, ist Abed Wars. Und ich so, ja, okay. Und dann so, okay, was gibt's, meine Freunde? Oha, die Map lädt noch, Digga, ich sehe gar nichts. Freunde, die Map wurde mal gebaut von Yoshi und Slidy. Auch einer der berühmtesten Badwops-Maps auf Dropknight. Das Ding ist, ich habe immer gesagt, mein Bau-Team... Das ist kacke. Ja, aber könnten die Codes veröffentlichen, da wo Fortnite noch am Hypen war und wo mein Bau-Team echt das krasseste der Welt war, kann niemand was gegen sagen. Da hätte man veröffentlichen können, Freunde, wir hätten Dropknight rasiert. Aber nein, dann wenn Fortnite nicht mehr so gut ist oder was heißt nicht mehr so im Hype ist, dann kann man natürlich alle Maps veröffentlichen. So ein Ding ist das, ne? Erst wenn man verzweifelt. Ah, ihr wisst, was wir uns gekauft haben, Freunde. Ihr wisst, was wir uns gekauft haben. Wir brauchen gar nichts mehr. Wir haben schon ein Game durchgespielt. André hat die Hackgewehr. Berechnung in André's Kopf. Und? Oh, Digga, Momentum, jump sein Onkel. Ich bin schon in der Mitte, wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo wir es sind. Oh, da hat jemand wohl eine Gegend zu wenig gebaut und deswegen konnte er nicht rüberkommen. Wer ist bei Lila? Kann nur Milkan sein. Weil der ist kein Mathe-Gene, der Klang. Ich wusste, dass das Milkan ist. Sein röde Klang, was? Oh, Junge, was los? Oh, shit. Oh, du warst los? Digga, normal, wenn du so blocktig versteckst, Digga. Entspann dich, okay, Milkan? Sei einfach nett zu mir. Was dann? Boom. Level 1 gegen 1, Sniper-Duell. Wow, Abude macht Emote. Auf Disrespect-Basis. No-Scope, sein Onkel gegen Milkan. Boom. Aber du hast gerade nicht den Shot gesehen, Abude kassiert hat, Digga. Hab ich nicht gesehen? War bestätig. Anderes Level. Kann ich mir vorstellen, war cool. Er war anderes Level, glaub mir. Also das war schon, das war schon, man würde weinen, wenn das ein trauriger Film wäre. So ein Ding war das. Welches Level war das so? Level 18, Krieger? Ja. Ja. Level 18, Schurke. Digga, mein Main. Freunde, wenn ihr MMO gespielt habt, schreibt mal in die Kommentare oder MMOs allgemein, welche Dings ihr gespielt habt. Welche Klasse immer. Es gibt ja immer Magier, Krieger, dies, das. Ich hab immer Beschwörer gespielt oder so Hexen meistens, so dunkel wie meine Seele. Wer schießt da auf mich und trifft da nicht? Weißt du, was Realtalk ist? Ich verbinde André echt nur mit Necromancer, ne? Also mit Beschwörern. Nein, ich muss nachladen. Oh mein Gott, ich bin so stumm. Also stumm auch, aber dumm meine ich eigentlich. Can you feel the love tonight? Danke, Mirkan, für den Ohrwurm, by the way. Kannst du Bessie bedanken. Hast du den von dem, oder was? Ja, er sieht das immer. Geil. Ah, ah, ah. Ah, Freunde. Ne, mach das nicht. Weisheiten mit André. Ich wollte gerade was Dummes sagen, aber das wäre dumm gewesen. Mirkan, soll ich es trotzdem sagen, aber es wäre dumm. Ja, Rack. Ich wollte gerade sagen, schreibt in Asus' neues Video, er ist schlechten Deathrun und soll One-on-One kommen gegen mich und Mirkan. Ich hab ihn heute schon abgezogen. Okay, kein Sinn mehr. Hast du? Ja. Ohohohohoho. Okay, er sagt. Ani. Ja. Undere, Ani. Anonononono. Ohohoho. Warte, ohohoho. Okay, soll ich aufhören Animes zu schauen. Ey, wer war das? Wer war gerade so unnormal krank, Big Brain? Ich glaub, das war Mikael, oder? Ja, Junge. Ab jetzt ohne Runterschießen die ganze Zeit. Ich mag solche Menschen nicht. Ihr habt zu viel Budak-Videos geguckt. Abude, muck nicht. Ich geb dir einen Tipp, Abude. Muck nicht. Warum werde ich gepusht? Ich helfe dir grad, Mirkan. Sei mal ehrlich zu mir. Okay, ey, ganz ehrlich. Undercover-mäßig. Schade, die hören uns. Ich wollt grad was sagen, aber... Undercover-mäßig? Lassen wir es einfach. Mikael macht den Budak und camp ganz hinten in Base. Ach, ich lasse so ein Haar. Digga, ey, ich lasse echt so der... Digga, Türken-Mentalität in Form halt. Ist so. Aber bringt dir nix, weil... Die Al-Many-Mentalität ist... Kurz nerven. Ohne Spaß keinen Saas. Ohne Saas keinen Seas. Digga, Mikael ist so ein Schwitzer mit Editen und so, Digga. Mirkan, warum hast du gesagt, der soll mitmachen? Hä? Niemals wollte ich den in den Aufnahmen haben. Du hast nein. Spaß, weil ich hab gesagt, Mikael macht mit. Wir gehen einfach alle auf Mikael und dann ist... Abude ist so ein Ekliger. Er kämmt auf meine Tür, Digga. Danke, Mikael. Danke. Abude down, Digga. Wer will andere filzen? Was? Wer will mich filzen? Wer will mich filzen? Wollen wir filzen, Mikael? Komm. Hast du Bock zu filzen? Okay, lass... Du hältst meine Tasche, ich halte deine Tasche. Okay. Aber welche Tasche? Links oder rechts? Eine Schwanz-Tasche. Hast du auch eine Schwanz-Tasche? Das ist egal. Beide Seiten. Ja, okay. Dann Schwanz-Tasche-Tasche. Okay. Ich muss dir jetzt aber einen No-Scope geben, okay? Hä, mir? Ja. Okay. Bin ich dabei? Hä? Hä? Nein! Nein! Bro. Dein Bett hat aber ein bisschen geschmeckt, muss ich sagen. Das war schon so Nutella mit oder ohne Butter. Diese Frage kassiere ich auch jeden Tag im Stream, Freunde. Die ist schon 100 Jahre alt, die Frage. Ungelogen, ich wollte es nicht. Ihr habt gesehen, für dein Video, André hat als erstes versucht, Mikael anzuhördingsen. Ja, aber ich habe extra nicht kaputt gemacht. Aber wenn du stirbst, dann redest du die ganze Zeit. So ein Ding. Mikael, rede nicht. Ist okay, Digga. Komm zu meiner Base! Okay, wenn du willst, okay. Aber nur, wenn du willst. Willst du? Ich will. Ich bin jetzt bei deiner Base, Digga. Jetzt schmecke ich mir dein Bett. Schmeck? Snack. Junge, ich habe mich selbst eingebaut. Ich komme ja nicht mehr raus. Wo bist du? Oh, hier ist eine Tür. Ehre, 20 Holz. Mikael, wir machen einen Boxfight draus irgendwie, ne? Gerade? Irgendwie, ja. Ey, ich konnte nicht bauen. Ach, du bist so ein ekliger Camper, Digga. Digga, du... Hey, Digga. Budak-Mentalität. Mehr sage ich nicht dazu. Was macht da Bude? Ich mag Budak, aber ich würde niemals wieder gegen ihn in den Fortnite spielen oder so. Bock gar nicht. Freunde. Ich liebe den auch, den Typen. Aber gegen ihn in den Fortnite bockt gar nicht. Allgemein, jedes Spiel kompetent. Ich schwöre, er ist immer am Schwitzen, Freunde. Bei ihm gibt es nicht so Aufnahme, Bruder Kilmer oder so. Ich schwöre, ja. Aber der Heftigste war Marvin, Freunde. Die Story, vielleicht kennt ihr die nicht. Oh, auch Bad Wars. Bad Wars. Einfach Dings. Er macht mein Bett kaputt in einer Minute. Ich muss eine ganze Aufnahme neu starten. Ich war noch nie so mad in meinem Leben. André, das hätte von einem Mikael Rush, der die ganze Zeit wirklich campt. Bro, was für Mikael Rush. Ich bin schon da. Ah, nee, das ist der Bude. Och, Digga, ich bin so verwirrt, Mann. Ich würde sagen, wir rushen jetzt alle Mikael. Der ist nur am Campen. Hä? Wer hilft dir gerade? Mikael? Niemand. Ich bin das. Ich schieße einfach random rum. Herr, wer hat dir gerade der Bude gekillt, obwohl er davor geholfen hat? Mikael, was ist los, Digga? Du wirst gerade überrannt, du Kleiner. Ich habe verloren gegen ihn, Mirkan. Wir haben beide verloren gegen ihn. Wir haben zwei gegen eins verloren, Mirkan. Ja, gestern. Das ist aber gestern, wie gestern ist. Junge, meine Base sieht aus wie keine Ahnung, Digga. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen jetzt. Bei mir steht aus wie Box. Ich schwöre, bei mir steht aus wie Box. Ja, Bude macht immer Taktik. André, Mikael, gib mich. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich gehe zu Mikael. Nein, ich gehe bei Mikael. Nein, ich gehe bei Mikael. Gehe zum Enderman. Okay, ich gehe zum Enderman. Nein, 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 nein. Was auch immer das ist. Das ist ein 31er. Wo ist er? Hinter dir, hinter dir. Er ist roter gefallen. Nein. Er hat dein Bett kaputt gemacht, Mirkan. Ja, ich weiß, ich bin down. Also, Mirkan ist ganz raus. Ich habe ein Leben. Und du, da, Bude, ihr habt mir den anderen rumgeleckt, Digga. Beschütze meine Base. Digga, ich kenne dich doch, du 31er. Nein, for real jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich gehe dich nicht. Bruder, was laberst du denn jetzt mal? Ich habe 60er PS, man. Laber nicht, man. Beschütze bitte meine Base. Da kommt gerade jemand. Nein, ich kenne dich, Digga. Ich werde dich nicht beschützen. Warum? Was ist er? Warte mal, wieso hat er so viel Leben, Digga? Ja, ich habe auch 200. Hast du ein 100? Ja. Nein, wir müssen doch Upgrades kaufen, die an der Wand sind. Kann ich nicht, Digga. Ich werde die ganze Zeit belagert, Mann. YouTuber-Bonus. Wir müssen, ey, wir müssen André den Win holen. Ich bin ich und down. André, wir müssen den Win holen. Hä, du fliegst in der Luft rum. Nein, das ist Mikael. Ach, Mikael tot oder was? Ja, ja, er ist doch runtergesprungen. Donut. Ja, nicht hin, Digga. Okay, wir gehen zu Abude. Abude, mach dich bereit für den Endboss. Der nennt man auch Andrew so. Man nennt den Andrew. Man nennt ihn auch Double Damage. Sein Opa. Oh. Let's go. Komm schon. Nein, ich bin stecken geblieben. Warum war ich gerade so weit oben? Ich weiß auch nicht. Okay, die Luzi läuft, Freunde. Wir müssen nur ein bisschen so weitermachen. André, du bist Skelettman, ne? Ja. Wer ist Skelettman, Digga? Bin wieder unterwegs. Abude. Wir sehen uns. Als ob da was durchläuft zu ihnen. Komm schon. Next Level Taktik. Oh. Und dann habe ich noch Respawn. Ah, er war gerade neben mir. Er hat aber Double Damage. Wir haben das perfekt gespielt, Freunde. Dafür will ich ein Like sehen. Ein Like auf dem Video. Komm, schieb nicht. Eins nur. Abude hat einen Schott kassiert. Komm, komm, komm. André. Ey, wer schießt auf mich? Milkan auf. Das bin ich nicht. Doch, das bist du. Nein. Das bin ich nicht, Bro. Ja, doch. Laber nicht, Mann. Du bist irgendwo in der Base und campst rum und holst, snackst dir gleich den Win. Egal, wir gehen jetzt zum Milkan und killen ihn. Ich bin ein 30er, Bro. Wo bist du? Ich dachte, wir werden echt Freunde. Hä? Wo bist du, Milkan? Abude sagt nichts. Komm, 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 komm. Muckt nicht gegen mich. Ihr könnt beide 2-on-1 gegen mich machen. Gar kein Problem. Abude tot. Abude raus. Wo ist Milkan? Komm. Wo ist Milkan? Komm. Abude raus. Hast du Angst, Milkan? Okay. Ich bin Abude Base. Bist du nicht? Ich bin Abude Base. Echt jetzt? Nein, bist du nicht. Doch, ich habe hier Holz geholt. Ja, ja. Okay, wo treffen wir uns? Lass bei Abudes oben auf dem Kopf. Ich bin bei Abude auf dem Kopf oben. Finde ich eklig, wie du dich raushältst, Digga, und jetzt auf einmal den Win up snacken willst, obwohl ich alles alleine gemacht habe. Finde ich eklig, Milkan. Und ich habe keine Mads mehr. GG. Milkan, hör auf zu campen, jetzt schießt, Digga. Hört dein Bett kaputt gemacht, Bro. So, Milkan war inne. So, Milkan war inne. Mein Bett war eh schon kaputt. Nein. Das war jetzt erst kaputt. Nein. Nicht im Ernst. André ist wieder unterwegs. Milkan. Oh mein Gott, der Post als erstes. Einfach unverdient, Digga. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Einfach unverdient. Milkan, das verloren. Sieht zum溝ert. Sieht zum溝ert. Sieht zum溝ert. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Ciao. Ciao.